Wieso verachten uns alle? Wieso leben wir nicht? Wer sind wir? Was ist das, dieses Deutschsein, Deutschland, Deutschtum, an dem wir uns so festklammern? Was genau ist das? Wo ist das in uns? Wo genau? Hier, hier, hier? Was genau ist das? Heimat. Jetzt kommen all diese jungen, energiegeladenen Männer, die sich aus den Kriegsregionen dieser Welt herausgekämpft haben, sich durchgeschlagen haben mit ganz viel Energie, ganz viel Einsatz, alles riskiert und sich gegen alle Widerstände ihren Weg gebahnt haben, hierher nach Deutschland, in unser Land. Das sind alles junge Männer ausgerüstet mit modernsten Handys. Die haben alle Handys. Wieso haben die alle Handys? Wer hat die ausgerüstet mit all diesen modernen Navigationssystemen, die wir uns nicht leisten können? Die bekommen Applaus, wenn die ankommen. Da stehen die Leute nachts um zwei an den Bahnhöfen, klatschen, bejubeln die, werfen den Teddybären zu, geben den Klamotten, Geld essen und klatschen und rufen Bravo. Die werden bejubelt wie Sieger, wie Olympiasieger, wie Zehnkämpfer, Gladiatoren, die unter allen Grenzzäunen hindurch an allen Sicherheitskräften, den serbischen, mazedonischen und ungarischen Soldaten vorbei, ihren gefährlichen Parcours bis zu uns, bis tief in unsere Festung zurückgelegt haben und jetzt hier einlaufen wie Helden. Und wir, wir, wir kriegen keinen Applaus. Wir sind doch das Volk, nicht die. Wieso kriegen die den ganzen Applaus und uns feiert keiner? Uns feiert keiner, wir werden zu keiner Feier mehr eingeladen. Wir nehmen nie an nichts teil. Wir machen es eine Angelegenheit. Wir können uns das Mal aufitiere, oder in unsere Festung zurückführen. So? Wir leben eine Angelegenheit! Wir brauchen eine Angelegenheit. Ich hatte irgendwie keine Lust mit all diesem Zeug zu beschäftigen. Ich wollte lieber an den See fahren oder irgendwo rumliegen oder rumsitzen oder rumhängen. Also irgendwas mit rum. Hätte ich gut gefunden, wäre mir lieber gewesen, als mich mit all diesem widerlichen Zeug zu beschäftigen. Rumliegen, rumsitzen, rumhängen, in der Sonne rummachen, rumknutschen und Musik hören. So mit anderen, irgendwo auf einer Dachterrasse rumlaufen, rumtanzen, rumchillen oder so. Wo man auf die Stadt guckt und alles ganz weit weg ist. Also all diese Menschen und deren Probleme und was die sagt und wie die sprechen und was die posten, auf Kommentarspalten und auf YouTube stellen, einfach alles ganz weit weg ist und man das Gefühl hat, das lasse ich jetzt lieber alles bei euch. Oder die 4th of July, we're all gonna die. Oder die 4th of July, we're all gonna die. Oder die 5th of July, we're all gonna die.